Damit das funktioniert, ne? Oder? Wir wollten einen Flughafen bei uns da holen. So, wir starten mal mit dem Story-Modus. Aua, 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 Geh weg. Mach keinen Kratz an meinem Auto, Mann. Wo war denn der Flughafen? Ich kann, warte mal, ich kann mir da gar keine kaufen. Aber ich... Was ist das? Nein, rennen. Ich will doch keine Rennen haben. Da oben erst. Öff. Ich komm mit Trevor musste ich da hin erstmal. Ich kann nur mit Trevor kaufen, glaub ich. Oder? Oh! Fika daten, der... Sieht zum Ende, ja. Ist das für ne Musikhalter? Der ist ja auch noch hier, ey. Der ist ja auch noch hier, ey. Was hat der Junge gemacht, Alter, dass die Bullen hinter mir sind? Oh, oh, oh! Ich muss auf den Berg. Geisterfahrer, oh! Ja, Mann. Boah, wie lange ich kein KDA mal gezockt hab. Blöd! Aber ich komm, ich komm die, oder? Ey, dein Fahrzeug ist geil, also dein Auto ist geil, aber... Das ist ja schon... Der Apex Rettator in action! Nein! Oh... So... Ähm... Ne, das war... Ah, da oben... Ja. Ah, fünf Kilometer nach. Dann. Kriegen wir ein Lager hin. Ich muss ja weiterfahren. Ich kann kein Auto bauen, mehr sind eigentlich. Oh, 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 das war ein Clash. Das haben wir wieder vermeiden, ey. Jetzt. Oh, 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 tschüss. Ich darf nicht ans Handy ran. Das ist gut. Aber Respekt an den Datenmenü, was ich habe. Der geht ordentlich. Er hat sich lieber bei Twitch gemacht, ja. Ich muss meine Kamera mal vernünftig einsteigen. Müde. Ich hoffe, ich kann das mit Trevor. Wenn ich jetzt ungefähr alleine sieben Kilometer gefahren bin, nächster für den Scheiß, ja. Und er kann es nicht kaufen, dann raste ich aus. Das ist Käpt'n Mikey. Wir sehen uns später. Ah. Aua. Ah. Warte mal. Er ist mit Michael jetzt, ne? Dann riecht ich. Hab ich gekauft? Ja. Ja, ich hab's. Also kann ich mir jetzt auch ein Flugzeug kaufen. Ey. Hä? Warte mal. Hm. Oh, einer guckt zu. Hallo? Hallo? Hm. Du kaufst dein Ding, oder? Mann, ich liebe das Internet. Porn und Retail. Was können wir denn noch holen? Wie viel Geld haben wir denn noch? Was heißt denn das? 1615? Hm. Kommt der Uncle Tee. Warum nicht, ne? Oh, Anombauer brauchen wir da bescheuert. Ja, aber ich bin jetzt, Fortnite dauert zu lange, und äh, ich bin grad vom Handy, weißt du? Ich hab meine Daten, wenn du... Ich muss runterladen, aber ich bin später zu Hause. Und zack, zu Hause dann. Weißt du? Fortnite. Standard gemäß. Ich mach nur so ab und zu mal jetzt, bisschen. Mal abchecken wieder. Ich muss reinkommen. Oh, der für 10 Minuten sieht gut aus, ne? Guck mal, der kommt. Der sieht so gut aus. Aber nö. Wir warten mal. Ja, ich war fast... Moos, Moos, bei dir? Wie geht's dir? Hm. Wie kann ich denn jetzt meine Flugzeuge... Wie kann ich denn meine Flugzeuge jetzt bestellen? Das freut mich, das freut mich sehr gut sogar. So, was Problem ist? Das ist ein Allterrain-Vehicle, fitter mit GPS-Tracking-System, CD-Radio... Das wäre die Radio, die wir jetzt sprechen. Wir nutzen das, um die Schiffen zu holen. Es ist ein Flugzeug, das macht ein Schiff, und du bist ein Mobil-Homme auf East Joshua Road. Mach es schnell. Die Rednecks sind schnappend. Ich denke, du findest, ein Rural-Amerikaner ist der politisch korrekte Termin. Alter, muss ich jetzt Mission machen? Hä, ich hab's doch gekauft. Wozu dann... Ich dachte, man muss keine Mission machen. Wie ich GTH hasse. Wallah, das ist doch ganz schwachsinnig. Ich würde zu keinem Fortnite zocken, das glaubst du mir nicht. Waffen? Komm, die sind mit dem Auto jetzt Waffen. Ich bin da so schnell. Ich kann kein Auto fahren. Ich will jetzt mein Dings da fahren, mein Flugzeug, mein Passagierflugzeug. Ich will da Allah wegwerden, Mann. Oh. Ja, Allah. Und sonst so ein Ding. Fortnite immer noch. Oder hast du zu Epix gewechselt? Poli-Stair, der war. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wie, hast du aufgehört mit Fortnite? Nein, oh. Aua. Hat mit Fortnite aufgehört? Ach, GTA angefahren. Wegen diesem Casino da, ne? Alle spielen GTA, Wallah. Ja, seitdem... Die Biester sind draus. Die Biester sind draus. Bei Fortnite. So. Nein, ich will nicht schnell speichern. Ich will meine Flugzeuge haben. Daystock. Was ist das? Was ist das? Spielt gar keiner mehr Fortnite von euch. Warte mal. Ich muss mal hin. Warte mal, hier ist doch was. Hä? Wie krieg ich meine Flugzeuge, die ich gekauft habe? Nö. Nö. Kann ja nicht. Ach so. Easy. Wie krieg ich meine Flugzeuge? Warte, ich hab keine Ahnung, wie ich meine Flugzeuge gekriege. Es war irgendwie, dass ich anrufen muss? Aber wie? Luftschiff? Atomik-Blimp-Services, how can I help you? Do you have any blimps available? Of course, sir. I'll get one sent out to the nearest available drop-off point. Thank you for your business. Call us anytime. Nee, das ist auch nicht. Chefkoch. Frightening Jimmy Lester. Wie war denn das? Ich hab das so vergessen. Warte mal. Oder sind die immer noch nicht angekommen? Egal, warte, wir wechseln mal zum Michael. Ach, wo ist der? Nee, nicht mehr so. Days? Sag mir nichts. Was macht mein Auto auf der Straße? Nö, nie? Ich hab das. Was macht mein Auto auf der Straße? Ich hab das. Ich hab das. Ich war das. Ich war hier, erst. Ich war hier. Ich war hier. Und wenn jemand auch hier ist, hier war ein Ort. Ich bin hier. Und ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war aber ein Crash gegen den Scheiß. Ich muss sagen, dass wir mal den Audi TT klauen. Schöne Alarmanlage. Können wir den mal auf, oder was? Scheißegal. Der Mike hat mir zu viele Sachen. Nö. So, Audi TT wird auch nicht so besser getrun, finde ich nicht. Nö. Ich brauche ein Auto, wo man den Fett aufziehen kann. Weil der wird sowieso nicht gut aussehen. Der hat einen Spoiler nur. Oh! Oh, keine Kratzer. Auch gut. Aber jetzt. Sogar eine fette Beute. So, wir müssen einen besseren Auto finden. Hm. Habt ihr Glück gehabt, dass du... Digga, was steht vor mir? Verpasst dich. Gibt's keine gute Autos, Mann. Die man auftunen kann. So ein Hammer wäre... Jetzt hab ich die Bohren am Hals. Jetzt. Meinst du, finde ich hier gute Autos? Nee. Ich habe gerade überhaupt gut aus, aber... Ich brauche richtig so einen Old Eimer, äh, Old Eimer, so richtig Holz geloht, da finde ich die aber... Was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Auto, man? Oh, Entschuldigung, stimmt, ich habe noch den Bull hinter mir, die Frage ist, man hört nichts von dem. Das hört sich wie ein Furz an. Was ist das für eine Kare? All die Schnauze, man. Der ist für sein... Für das Komische ist es wirklich zu schnell. So, guck mal. Ach, der ist schon alles drin, oh. Okay, komm, was er noch so hat. Egal, tun wir den mal auf kurz, wenn wir auf-tuning. Die Reifen sind zu dünn. Hm. Das weiß ich, keine Geländereifen sind wirklich dick, aber... Da sind wir mal. Da sind wir mal. Kann man den nicht tief... Och, Mann, ich hab das doch extra Sorge gemacht, wegen der es damit man den tief verlegen kann. Das sieht richtig wie ein Propel aussieht. Drückt er wenigstens? Geht. Jetzt nimmst du weg, dass man unbedingt haben will. Das ist eine Schnauze. Dann so 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 Boah Franklin tut alter Zigeuner Warte mal kurz Oh Oh Ich habe viele Sachen vergessen Oh 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 Brian Crack Ja du bist wer Oh 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 No Probably ich kann da ich keine Ahnung wie du das haben wird ich kann da ich keine Ahnung wie du das haben wird nein, ich kann nicht mehr machen ich kann nicht mehr machen ich bin doch schön hier, warum geht das denn nicht? steht doch für Frank nennen oder nicht? oder für was? wofür steht in dieser F? ist das Nico wie nennst du dich denn auf Dings da? auf PS1 Digga ich kann hier nicht voll langweilig Digga ohne Fortnite man warte mal kurz Digga dieser Update ne was kann man denn hier noch machen? keine Ahnung man wo ist mein Auto jetzt hin? ach du bist das Digga ja was geht Jungs ich muss warten beziehungsweise wir alle müssen warten bis ich meine Plays wieder hab bis ich meine Plays wieder hab ich spiel vor meinem Onkel gerade nicht mal Internet nichts hier ich bin grad mit meinen Datenwendungen verbunden und quasi ich warte knapp 6 Stunden auf Fortnite Digga warte chill bis ich mein Plays hier hab dann kriegst du alles dann kriegst du alles keine Sorge chill mach mir nicht auf diese 5 äh auf diese deutsche Modus an Dings wartet auch wie gesagt warte chill 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 so weiter gehts Dicks all Dicks musst du warten Digga bis ich im Dings hab Digga willst du mich grad flaxen oder was? warte mal kurz willst du mich grad flaxen oder was? guck mal wegen dir war ich sogar in falsche Richtung Hiii Bruder bleib stehen bleib stehen bleib stehen nee Bruder den nein den wo das ist der Sultan ja bleib stehen sieht sich gut aus oho oho Labion hm warum wirst du mich die ganze Zeit mal umgeschossen nee mein Bruder